Es ist voll Pracht, über 600 Seiten randvoll mit der Biochemie von Lebensmitteln und eines der Bücher mit dem höchsten Informationsgehalt. Ihr habt ja damals darüber abgestimmt und ich habe nun knapp ein halbes Jahr gebraucht um das Buch durchzulesen und Euch nun heute vorstellen zu können. Auch weil ich doch immer mal eine Pause brauchte und andere Bücher derweil gelesen habe. Normalerweise war ja früher so, ich habe eine Buchrezension pro Woche gebracht, aber ich gelobe Besserung, ich lese weiter sehr viel, aber ich habe mich halt nur mit solchen Wälzern jetzt hier beschäftigt und die kann ich nicht innerhalb von einer Woche lesen. Aber nun ist es soweit das Buch Lebensmittel Chemie. Das Buch ist das Kompendium im deutschsprachigen Raum, wenn es um die biochemische Zusammensetzung unserer Nahrung geht. Zumindest ist das mein Eindruck und ich habe bisher nichts Vergleichbares in der Hand gehalten. Zumindest wenn wir von wissenschaftlicher Sicht reden. Entsprechend ist der Anspruch auch den das Buch hat, wenn man es liest, als durchaus hoch einzuschätzen. Wer hier keine chemischen Grundlagen kennt, sowohl der Biochemie als auch der Organischen Chemie, da wird hier sehr schnell an seine Grenzen kommen, aber man kann natürlich trotzdem parallel immer recherchieren, nachschauen und das trotzdem verstehen. Aber ich würde auch nicht sagen dass das so ein Fachidiotenbuch ist, sondern man kann eben durchaus mit einem Grundstock an Chemiebasiswissen doch hier schon sehr viel Interessantes erfahren, ohne auch nachlesen zu müssen. Allerdings ist das Wissen was hier in der achten Auflage präsentiert wird eher als konservativ einzuschätzen. Das Buch hat meiner Meinung nach nicht den Anspruch am Nabel der Zeit zu sein und aktuelle Tendenzen mit aufzunehmen. Obwohl das in den einführenden Kapiteln so etwas mit durchscheint, als ob es diesen Anspruch hat, aber wenn es den Anspruch hat, dann erfüllt es den Anspruch nicht. Zumindest ist das mein Eindruck. Was man hier nachliest und was man hier vermittelt bekommt, das kann man bedenkenlos im wissenschaftlichen Diskurs anwenden, aber neuartig diskutierte Ansätze oder avantgardistische Gedanken innerhalb der Biochemie gibt es ja auch neue Ansätze, geschweige denn von Sachen die darauf aufbauen, das wird man hier kaum finden und das findet man allenfalls in den ersten und in den letzten Kapiteln. Zur europäischen Rechtslage findet man darüber hinausgehende Gedanken und auch zur Einführung was so eine gesunde Ernährung ist. Aber ansonsten ist man grundsolide aufgestellt. Entsprechend sind die Ernährungsempfehlungen auch noch traditionell gehalten. Da wird auf Seite 19 direkt am Anfang darauf hingewiesen, dass eine angemessene Berücksichtigung von tierischen Lebensmitteln notwendig sei, was nach jetzigem Stand der Wissenschaft einfach falsch ist. Entsprechend antiquiert und eben auch falsch die Einschätzung der veganen Ernährung, wo vegane Ernährung häufig mit einem Nährstoffmangel assoziiert ist. Das war sicher vor 20 Jahren noch der Fall und auch heute ist es noch so, dass vegane Ernährung uninformiert durchaus einen Nährstoffmangel führen kann, aber nicht mehr häufig. Mittlerweile dank Internet und Informationszeitalter gehört die Vollwertigkeit einer veganen Ernährung absolut zum Wissensgrundprogramm angehender Veganer. Ein Eisenmangel ist sogar als uninformierter männlicher Veganer nahezu unmöglich meiner Meinung nach. Aber es gibt in dem Buch auch positive Beispiele für neuartige Zusammenhänge, also wo man diesen Anspruch, den man vielleicht doch irgendwo hat, auch am Nabel der Zeit zu sein, wo man den dann auch mit aufgenommen hat, wie zum Beispiel die Spezifität der Enzyme, die eben früher nach dem Schlossschlüsselprinzip betrachtet wurden und nun eben in dem Buch man auch die aktuelle Sichtweise inkludiert, dass Enzyme eben anpassungsfähig sind, also quasi auch räumlich sich innerhalb von physikalischen Grenzen auch verändern können. Gerade die Kapitel zu Enzymen fand ich persönlich sehr interessant, aber leider bezieht sich die Sichtweise häufig nur auf die enzymatische Wirkung in den Lebensmitteln und gar nicht auf den Organismus, wo die aufgenommen werden. Generell fokussiert das Buch sehr stark auf eine isolierte Betrachtung der Lebensmittel und stellt eben den Zusammenhang mit einer ganzheitlichen Wirkung innerhalb des menschlichen Körpers viel zu selten her. Aber die Autoren Matisek und Balthes sind sich dieser großen Herausforderung, wenn es um das Thema Ernährung, wenn es um das Thema Lebensmittel geht, auch vollends bewusst. Und sie haben das in den Eingangskamitteln auch angesprochen, dass man halt diesen einerseits wissenschaftlichen Anspruch mit gesichertem Wissen und andererseits auch dieses neuartige oder die modernen Erkenntnisse auch inkludieren muss, die eben manchmal noch nicht ganz gesichert sind. Positiv anzumerken ist, dass nach jedem Kapitel nicht nur eine Quellenangabe der verwendeten Literatur angegeben wird, was Standard ist in wissenschaftlicher Literatur, sondern auch weiterführende Literatur, in der man sein Wissen vertiefen kann, angegeben wird. Das Kapitel zur Zusammensetzung von Gemüse und Obst ist mir auch in der Detailliertheit und in der Tiefe noch in keinem Buch begegnet und die ein oder andere Information werde ich sicher auch innerhalb meiner Videos in Zukunft verarbeiten. Aber wir reden bei diesen Informationen immer auf molekularer Ebene und für Menschen die sich für eine gesunde Ernährung interessieren, birgt das die Gefahr dass man seine Erkenntnisse aus diesem Buch induktiv einsetzt und so ausgehend von dieser Mikroebene versucht seine Gesundheit komplett zu steuern. Das hier doch der falsche Ansatz, da man noch viel zu wenig über den Körper weiß als das so eine Betrachtung Sinn machen würde. Wer sich über diese Zusammenhänge im Klaren ist und das Buch als eine Informationsquelle nutzt, um persönliche Erfahrungen, empirische Studien und deduktive Forschung bezüglich des Menschen unter einen Hut zu bringen, der kann hier aus dem vollen schöpfen. Als Veganer wird man an der ein oder anderen Stelle mehr oder weniger schmunzeln, wie das bei der Vorstellung der Verwendung von Tofu der Haupteinsatz als Beilage für Fleisch und Fischgerichte gesehen wird. Oder auch als Beilage von Gemüsegerichten. Dass diese auch häufig als Substitution von Fleisch genutzt wird und damit isoliert oder als Hauptbestandteil verzehrt wird, wird gar nicht in Betracht gezogen. Auch wird als großes Alternativmodell immer wieder die vegetarische Ernährung erwähnen. Obwohl diese eben durch die Informationsgesellschaft und den rapiden Anstieg an Informationen zur Schädlichkeit von Milch und die Grundlage der Gewinnung immer mehr von einer rein pflanzlichen natürlichen Ernährung abgelöst wird, die sich aber in dem Buch überhaupt nicht wiederfindet. Am Anfang in der Einleitung ansonsten ganz peripher. Vegetarische Ernährung wird immer mal genannt, so als große Alternative, obwohl die wahrscheinlich nicht eine große Zukunft hat. Aber das tut den grundlegenden fachlichen Informationen über die Zusammensetzung der Nahrung keinen Abbruch. Das Ziel des Buches ist darauf ausgelegt Wissen über den Aufbau, die Zusammensetzung und die Eigenschaften unserer Nahrung zu präsentieren. Wozu auch die Informationen über unerwünschte Stoffe und mögliche Minimierungsstrategien in Lebensmitteln zählen. Auch sehr interessant. Das gelingt dem Buch wirklich sehr gut und vor allem sehr ausführlich. Der Nachteil der Informationsgesellschaft und des Internets ist zwar dass man sehr viele Informationen hat, aber dass man auch ganz stark selektieren muss um dann an relevante Informationen zu kommen. Man hat hier eine grundsolide Basis als Ausgangspunkt einer wissenschaftlich gesicherten Analyse der Lebensmittel geschaffen und kann davon ausgehend eben weiterforschen und auch seine individuelle Ernährung optimaler gestalten. Ich gebe daher 4 Sterne für das Buch, weil trotz aller Herausforderungen die in einem Buch zu Lebensmitteln und Ernährung bewerkstelligt werden müssen, solcher antiquierten und fachlich falschen Aussagen wie das Fleisch notwendig für eine gesunde Ernährung ist, wofür es keinerlei wissenschaftliche Basis mehr gibt, nichts verloren haben. Eine wunderbare biochemische Basis für alle Lebensmittel und mit Sicherheit ein guter Kauf, wenn man die Grundlagen der Chemie beherrscht. Der Preis für die Kindle Version ist mit 29,99€ auch mehr als angemessen für über 600 Seiten an Fachinformationen. Ich wünsche Euch wie immer viel Spaß beim Lesen oder beim Nichtlesen und ich hoffe dass ich in Zukunft nicht einmal in die Woche aber wieder häufiger Buchrezensionen Euch vorstellen kann. Weil ich finde auch die Informationen nicht nur im Internet sondern auch durch Literatur einen etwas höheren Anspruch hat. Gerade wenn es aus wissenschaftlichen Verlagen kommt, wenn es selbst veröffentlicht wurde oder irgendwelche dann nicht. Aber die großen Verlage, die wissenschaftlichen Verlage da finde ich sehr sehr wichtig immer Euch mal ein Buch vorzustellen. Ich werde es sehen. Auf jeden Fall. Ich gelobe. Euer Christian. Euer Christian. Euer Christian.